Hallo, heute bei Wie man es selbst macht, erklären wir euch, wie man Kabel abisoliert. Von diesen sehr dünnen, zum Beispiel denen aus Radon. Wenn du nicht das nötige Werkzeug hast, brauchst du nur ein Feuerzeug. Ihr nähnt es, zündet den Brenner an und ihr pustet, drückt wieder und pustet. Wie ihr sehen könnt, ist der Draht schon abisoliert. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wie man es selbst macht. Danke!